Hey, was machst du denn da? Ja, hier ist es für den Schrauben Wirst du den Sand surfen? Ja, ich bin die Puppe Okay, los! Jetzt wird immer kleiner Das zählt wie seit der Oase, in der wir wohnen seit drei Tagen Die Puppe ist wirklich gigantisch und dann sind wir und dann und dann und dann und dann und dann So, verlassen sind wir doch wieder nicht Ja Devi ist unten angelangt Und dann